und Trader und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit den Handelsideen für den 16. Oktober. Hier präsentiert von TICME, ihrem Broker für Forex Aktienindizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen. Die darf ich natürlich auch nicht vergessen. Es ist ja auch ein Markt, auf dem wir aktiv sein können. Also an dieser Stelle alle, die hier auch live zuschauen, sind eingeladen. Ludger, guten Morgen. Hier auch den ein oder anderen Wunsch Chart gerne mal zu posten. Da können wir direkt auch reinschauen, was die einzelnen Charts anschauen. Ansonsten lehnen Sie sich zurück, schauen Sie, was wir heute in den Charts lesen und ja, ich sag mal, machen Sie aus den Ideen Ihre eigenen Strategien, die Sie dann entsprechend in Ihrem Portfolio mit umsetzen können. Bevor wir in die Details gehen, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Worüber sprechen wir heute? Heute gehen wir nach den Blick in die Tagesnachrichten auf drei Charts ein und zwar vom Schweizer Franken, japanischer Yen. Wir schauen in den italienischen Aktienmarkt, den MIB und wir blicken in das Währungspaar Euro, norwegische Kronen. Also auch bei diesem Nachbar gibt es immer mal interessante Sachen in den Charts zu sehen. Alexander, guten Morgen von meiner Seite her. An dich. Was gibt es heute an den Tagesnachrichten? Ich hatte das ja auch gestern schon erwähnt und auch im Vorblick am Freitag. Also schauen Sie ruhig freitags auch immer mal rein. Da machen wir den großen Wochenausblick zu den einzelnen Nachrichten, die wichtig sind für die Folgewoche und wir schauen auch immer auf die wichtigsten Marken in den großen Indizes oder auch bei den Währungen oder im WTI, wo hier entsprechend auch Bewegung in den Markt kommen könnte oder wo die Planung reinkommen kann. Und bei dem Thema Planung schauen wir halt jeden Morgen hier in die Tagesnachrichten. Was gibt es da heute? Wir bekommen um 11 Uhr den ZEW Konjunktur, also die ZEW Konjunkturerwartung so rum aus Deutschland. Sie sehen hier, es gibt eine Prognose von minus 12,3. Elena, einen schönen guten Morgen. Also wir werden sehen, was der Markt draus macht, aber wir sehen die Prognosen, die trüben sich etwas ein. Das ist aber gar nicht so schlecht, weil der Markt hat ja auch schon einiges eingearbeitet und wenn die Prognose dann übertroffen wird, wenn sie besser ist, dann könnte das doch durchaus den ein oder anderen Käufer in den Markt bewegen und hier entsprechend mit seinen Positionierungen aufwarten lassen. Dann natürlich auf der Long-Seite. Auf der anderen Seite natürlich eine deutliche negative Überraschung. Das könnte die Märkte dann auch deutlich nach unten bringen. Wir haben ja gestern einen guten Tag im DAX gesehen. Mal schauen, wie er sich dann heute schlägt. Um 16 Uhr gibt es dann aus den USA die Informationen zu den JOLZ-Stellenangeboten. Ja, was gibt es noch? Es gibt um 11 Uhr hier in der Eurozone noch die weiteren Themen um die ZEW-Konjunkturerwartung. Das heißt, wir bekommen auch noch die Einschätzung der aktuellen Lage. Sie wissen ja, da wird halt immer geschaut, wie sind die Erwartungen, wie ist die aktuelle Lage, damit man das Ganze etwas ins Bild setzen kann. So, was kommt noch? Um 15.15 Uhr gibt es die aktuellen Zahlen zur Industrieproduktion aus den USA. Um 22.15 Uhr spricht ein FOMC-Mitglied. Auch das kann an den Märkten für Bewegung sorgen. Gut, nicht mehr für uns. Das ist nach Handelsschluss. Für den US-Markt ist das auch völlig irrelevant. Das wird dann erst am nächsten Tag verarbeitet. Und um 22.30 Uhr gibt es ein bisschen was zum Öl. Der Ölpreis ist die letzten Tage ja auch ganz ordentlich zurückgekommen. Uns wird es freuen an der Tankstelle, wenn es Benzin etwas günstiger wird für diejenigen, die darauf angewiesen ist. Heißt also, wir werden sehen, was hier kommt. Der Markt ist deutlich runtergekommen. Schauen wir mal, was da kommt. Ich denke, da könnte sich für uns Trader bald wieder eine interessante Situation im Chart ergeben, weil der Rückgang war ja nun schon mittlerweile sehr, sehr, sehr deutlich. Aber da gehen wir zu gegebener Zeit wieder einmal auf den Chart vom WTI, den wir hier bei Tickmill auch sehr gut traden können, natürlich mit ein. So, damit würde ich sagen, gehen wir doch mal rüber in die Charts hier zum MT4 mit dem Stereo Trader als Add-on sozusagen. Hier sehen Sie noch meinen kurzen Blick von vorhin in den Dow Jones, was wir hier gerade haben. Gestern war ja nicht gerade ein Tag, wo der sich mit Ruhm bekleckert hat. Wir sind wirklich richtig gut in den Markt reingekommen, haben vormittags auch gut aufgeholt. Ja, und dann wurde der Markt komplett wieder abverkauft. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Aber wir sehen hier in diesem Bereich um die 25.200 Punkte. Hier sehen Sie das. Da wackelt der Markt immer hin und her. Möglicherweise findet sich hier auch ein temporärer Boden. Das wäre dann dieser Bereich hier unten, wo diese Linie ist. Wir werden sehen, überraschend wäre es nicht. Andererseits, es würde mich sogar freuen, wenn wir hier nach oben laufen. Wir haben dann kurzfristig sogar ein paar Tageshochs, die wir hier anlaufen können, die gar nicht so weit weg liegen. Also Dynamik nach oben kann entstehen. Aber wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze entsprechend auch auflöst, weil so eine Seitwärtsphase, wie wir hier haben, an dieser Stelle, an dieser Verordnung, die wird halt auch gerne mal nach unten aufgelöst. Das heißt, Sie wissen das ja, es gibt ja Korrekturmuster. Entsprechend, da hatte ich auch schon den einen oder anderen Artikel im Traders Magazin darüber geschrieben, wer das liest. Und da sehen wir halt, wo sich solche Muster entsprechend auch bilden. Und wenn sich solche Muster bilden, hier bildet sich aktuell beispielsweise ein Dreieck aus. Also Sie sehen, man kann in die Charts verschiedene Dinge entsprechend auch reinlesen. Halt rein von der Verordnung hier ein solches symmetrisches Dreieck nach einem so großen Abwärtsschub könnte dann wirklich dafür sorgen, dass ein Abwärtstrend entsteht, wenn es nach unten gebrochen wird. Der aktuelle Boden ist da. Wir müssen wirklich schauen, kommt hier irgendwann endlich mal Stärke rein oder nicht. Wenn keine Stärke reinkommt, dann haben wir halt die Problematik, die ich nach unten besprochen hatte. Aber da gehen wir dann allerspätestens am Freitag entsprechend auch wieder darauf ein. Das machen wir hier von meiner Seite versprochen, weil da möchte ich Sie sehr gerne auch auf dem Laufenden halten und die ein oder andere Handelserfahrung gerne auch direkt mit Ihnen teilen. So, dann aber würde ich sagen, mal rein in die Währungen. Wir fangen an mit Schweizer Franken, japanischer Yen. Der Chart hier zeigt uns einen Markt, der sehr sehr weit nach unten gelaufen ist. Wir sehen das hier an dieser Stelle. Ich räume das kurz auf für Sie, damit Sie genügend sehen. Wir sehen hier den Markt an einer Stelle, wo wir eine sehr sehr starke massive Bewegung nach unten gesehen haben. Hat auch den Trend hier gebrochen, diesen Aufwärtstrend, den ich in Grün eingezeichnet habe. Und jetzt gab es diesen massiven Schub hier nach unten. Und der ist jetzt hier in einem Bereich angekommen, wo er gestern um die Marke von 112, 7, 4, 8 in dem Dreh sein Tief gesehen hat. Und danach lief der Markt nach oben. Und das, das riecht mir etwas nach einem möglichen Rebound. Und dass wir das bestätigt bekommen, da brauchen wir natürlich, Sie werden es erahnen, den Blick mal in den untergeordneten Chart, damit wir sehen, was hier los ist. Weil wir sehen ja hier nur diesen Schub nach unten. Und da hilft einfach der Blick in die untergeordnete Zeiteinheit für diejenigen, die da noch nicht ganz so geübt drin sind, den Trendverlauf entsprechend zu sehen. Also man kann den Trendverlauf in der Stunde auch sehr, sehr schön an diesen Kerzen sehen. Aber die Stunde macht es einfach ein bisschen einfacher, auch was die Planbarkeit angeht, um die umkehrend zu sehen. Und deswegen schauen wir auch gleich mal in die Stunde. Aber bevor wir rüber gehen, möchte ich natürlich sehr, sehr gern noch die Zielmarken für die Bewegung nach oben oder unten sprengen, sage ich schon, Ihnen bekannt geben an dieser Stelle. Heißt also, wir haben jetzt hier erst einmal das Thema Tageshoch. Wir haben das Tageshoch von gestern bei 113,5. Dann haben wir hier das Tageshoch um die Marke von 113,668. Und dann hier direkt in diesem Widerstandsbereich das nächste Tageshoch bei 113,822, was wir hier liegen haben. Also hier ist das nächste große Widerstandslevel. Da ist dieser Trend gebrochen worden entsprechend. Also wenn ein Rebound kommt, gerne mal auch bis hierhin. Wenn er dann wirklich stärker bleibt, Sie sehen es, wir haben ja auch ein paar Tageshochs, die nach oben hin noch angelaufen werden. Man weiß ja nie, wie weit so ein Rebound entsprechend auch mitlaufen kann. Also das mal hier nach oben hin, nach unten hin. Da wird es natürlich wichtig, dass das Tagestief nicht unterschritten wird. Das wäre dramatisch, weil das wäre dann für sämtliche Aufwärtsszenarien wieder ein ungünstiger Bereich, weil dann direkt wieder Schwäche reinkommt. Und wir brauchen für so ein Rebound ja temporäre Stärke. Heißt also mit unterschreiten der 112,75 geht es dann tiefer. Und zwar hier das nächste Tagestieflicht an bei 112,360. Sie sehen hier unten ist dann der Markt noch tiefer gerichtet. Wir schauen mal in die Stunde, was ich hier entsprechend mitgeben kann. So ich soll, ich soll holländisch reden. Oh, ich glaube holländisch ist ein bisschen schwierig für mich. Da komme ich nicht ganz so ran mit holländischer Sprache. Hatte ich bisher in meinem Leben sehr, sehr, sehr wenig Berührungspunkte. Ich glaube, das wird nur lächerlich. Gut, ein kleines bisschen Spaß am Morgen. Das muss auch sein. Also wieder zurück in den Chart. Schweizer Franken, japanischer Yen. Wir sind also hier, wenn es nach unten geht, nach unten hin unterstützt. Hier die nächste große Unterstützung haben wir bei 110, 769. Und damit sehen Sie mal, wohin sich diese starke Bewegung noch ausdehnen kann. Es ist allerdings rein aus den Erfahrungswerten her, dass sehr wahrscheinlich, dass eine so lange starke Bewegung nach unten irgendwann mal eine Korrektur erfährt. Da kann es eine Seitwärtskonsolidierung geben, also so ein Hin und Hergetingel. Oder aber wir bekommen wirklich einen richtig schönen Rebound. Der hat nicht über die Zeit korrigiert, sondern wirklich über die Preisaktie. Und wenn die Preisachse korrigiert wird, dann schauen wir mal in die Stunde, was dazu passieren muss. Was passieren muss, ist, da haben wir schon mal einen sehr, sehr guten Anfang auch gemacht. Wir sehen das hier. Ich mache das etwas kleiner. Wir haben jetzt hier diesen gesamten Abwärtstrendverlauf und in diesem Abwärtstrendverlauf haben wir hier die letzten Schwünge. Das heißt hier eine Korrektur, eine Bewegung, eine Korrektur, eine Bewegung. Hier hatten wir das letzte Korrektur in diesem Bereich und da ist der Markt gestern drüber gelaufen. Das hat für mich so ein bisschen den Ausschlag gegeben. Schau einmal hin, hier könnte sich etwas bieten. Und wenn wir jetzt hier etwas geboten bekommen, dann passiert hier Folgendes. Nach dieser schönen, starken Aufwärtsbewegungen hier nach oben hin, haben wir ja jetzt normalerweise und auch völlig logisch eine Korrektur gesehen. Und jetzt passiert Folgendes. Der Markt läuft wieder hoch. Und das ist das, was ich sehen möchte. Das ist dann sozusagen eine Bestätigung dieses Ausbruchs, dass der Markt weiter hoch will. Da laufen dann wieder Kauforders auf, die den Markt nach oben schieben. Als nächster Anlaufpunkt ist, sobald dieser Trend hier entstanden ist, das heißt, wenn wir hier oben drüber laufen, über die Marke von, schauen wir mal kurz nach, das wäre die Marke von 113,5 in etwa, dann wären hier die Anlaufpunkte. Sie sehen selbst an den entsprechenden Hochs dieser Trend, dieses Abwärtstrends, was die Korrektur sind. Das sind die Sprünge, wo wir drauf gehen können. Inwieweit das Ganze dann läuft, man weiß es nicht, kein Mensch. Aber interessant ist das auf alle Fälle. Und hier an dieser Stelle, an dieser Situation, die wir haben, ist noch etwas Zweites sehr, sehr interessant. Und zwar sehen wir innerhalb dieses sich möglicherweise bildenden Trends halt auch den Schwung nach unten, was die Korrektur gewesen ist. Und jetzt hier entsprechend nach oben. Und wenn der Markt nach oben läuft, dann haben wir hier untergeordnet auch wieder einen neuen Aufwärtstrend. Der bildet sich hier an dieser Stelle und würde dann hier oben drüber laufen. Also das sind zwei interessante Dinge, die mit den Szenarien, wenn sie so entstehen, nach oben sehr, sehr, sehr positiv laufen. Ansonsten, wenn der Markt hier runter läuft wieder, dann haben wir das Ding, was wir schon so oft gesehen haben. Das habe ich auch gesagt, wenn der Markt jetzt nach diesem Schub nach oben hier die Korrektur genommen hat, dann wieder jetzt nach oben läuft und jetzt wieder rumdreht nach unten, dann haben wir ein tieferes Tief und einen entstehenden Abwärtstrend. Und das wäre dann wie eher die Schwäche. Und die Schwäche wollen wir bei so einem Rebound-Szenario nicht sehen. Und je mehr die Schwäche hier zum Tragen kommt, je geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Rebound auch funktionieren kann. Das mal rein zur Szenarioplanung hier im Währungspaar Schweizer Franken, japanischer Yen. Damit gehen wir wieder zurück in den Tag und zwar in das Währungspaar Euro, norwegische Krone. Schauen wir mal, was der Nachbar macht in seiner Währung hier und zwar mit Blick wieder in den Tagesschat. Und Sie sehen schon, was hier gerade los ist. Auch hier ein Markt, der schön aufwärts tendiert ist, dessen Trend allerdings gebrochen worden ist. Und das ist hier auch so eine Situation gewesen. Schauen Sie mal hier, hier hatten wir einen Bereich, wo der Markt halt wirklich sehr, sehr in die Überdehnung reingegangen ist und dann relativ zügig nach oben eine Gegenbewegung gemacht hat. Das ist richtig Momentum, wenn der Markt da reinkommt. Das ist genau das, wo man sieht, jetzt kommt Momentum rein und das ist das, was wir sehen wollen als Korrektur. Da ist richtig Druck hinter dem Markt, der so ein Rebound entsprechend auch macht. Der ist dann wieder in sich zusammengefallen. Das ist auch völlig logisch. Warum ist das völlig logisch? Weil wir halt in einem abwärtsgerichteten Markt unterwegs waren. Das heißt, das war wirklich nur gegen den Markt und das kann dann sehr, sehr schnell wieder rumdrehen. Deswegen ist es in solchen Rebound-Sprates auch immer gut, dass man gute, klare Vorgaben hat, wo an welchen Stellen die Gewinne mitgenommen werden sollen. So, was haben wir hier als aktuelle Situation? Wir haben jetzt hier die Marke von 9,43,551. Hier unten, das ist so eine Art Unterstützungszone innerhalb dieses laufenden Abwärtstrends. Hier oben ist momentan der, ja das aktuelle hoch dieser Korrektur bei 9,52046. Das ist sozusagen jetzt der Widerstandsbereich. Und jetzt haben wir hier den Markt an dieser Unterstützung wieder angekommen und Sie sehen, was hier passiert ist. Hier hat der Markt unten rumgedreht und ist dann auch mal relativ schnell nach oben gelaufen. Das Szenario kann sich jetzt hier unten natürlich auch bilden. Das heißt, wenn wir das hier sehen, dass der Markt wieder hoch will, dann sehen wir in der Stunde genau das gleiche, was ich Ihnen gerade bei der Währung Schweizer, Franken, Japanische, Yen gezeigt habe. Da sehen wir, dass der Markt nach oben rumdreht und nach oben schwingt. Wenn das passieren sollte, dann haben wir auf alle Fälle mal als Anlaufpunkte das Tageshoch hier von gestern um die Marke von 0, entschuldigen Sie, 9,46492. Und dann geht es hier nach oben hin weiter. Das nächste Widerstandslevel wartet dann hier bei 9,48860. Beziehungsweise wenn die Korrektur dann doch noch deutlich nach oben läuft, dann haben wir hier oben den großen Widerstand aktuell bei 9,52046. Das ist die Oberseite. Aber in diesem Marktumfeld, was wir jetzt haben, besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, dass das Ding einfach bricht. Das heißt, dass wir hier ein bisschen abwarten und dann nach unten laufen. Dann hätten wir die Anlaufpunkte hier unten in diesem Widerstandslevel um die Marke von 9,4. Das ist der Bereich hier unten. Und da wäre dann ein weiterer Support, wo der Markt abbrechen könnte. Rein vom technischen Trendverlauf würde das auch ins Bild passen. Das heißt, wenn das Ganze nach unten bricht, hätten wir auch Luft nach unten. Das wäre dann der Bereich hier. Wenn es noch weiter nach unten gehen sollte, müssen wir andere Zeiteinheiten entsprechend auch bemühen, dass wir mal weiter nach hinten schauen. Da hätten wir dann hier unten ein paar Wochentiefs, die entsprechend auch anlaufbar wären. Das mal mit Blick in diesen Chart auch hinein. Also hier bei Euro-Norwegischer Kone haben wir jetzt diese zwei Szenarien. Entweder es kommt der Rebound, dann haben wir hier oben auf der Oberseite die entsprechenden Anlaufpunkte oder aber nach unten hin das nächste Support Level um die 9,4. So und damit rein in einen Aktienmarkt. Wir hatten das schon vor ein paar Tagen mal auf der Uhr gehabt und zwar den italienischen Aktienmarkt, den MIB. Und da ist jetzt ein sehr, sehr, sehr interessantes Bild. Ich hatte damals ja davon berichtet. Es gibt ein Handelsszenario, das nennt sich Erschöpfungs-Gaps. Und Erschöpfungs-Gaps führen in aller Regel zu einer Überdehnung, einer Bewegung, ohne dass es eine starke Korrektur gibt. Und wir haben in aller Regel ist es so, dass nach gut drei dieser Gaps irgendwann wirklich ein Rebound entsprechend auch einsetzt. Zwei, drei Gaps sind da völlig normal. Vier Gaps und dann erst ein Rebound ist eher selten, aber auch schon vorgekommen. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Nur jetzt haben wir hier die Situation. Wir haben hier in diesem Markt eine Bewegung innerhalb des Abwärtstrends, die gekennzeichnet ist. Erst einmal durch einen sehr, sehr starken Lauf nach unten. Gut, hier oben gab es mal ein kleines Stückchen Korrektur. Aber wir haben jetzt hier gesehen, wir haben entsprechend diese Gaps mit drinnen liegen. Und ich nenne das Ganze entsprechend Erschöpfungs-Gaps, weil der Markt sich halt erschöpft. Der läuft runter, ohne zu korrigieren in diesem Bereich. Und das haben wir jetzt auch wieder hier gehabt. Das heißt, wenn wir das Ganze uns mal anschauen, die Bewegung ist schon sehr, sehr weit gelaufen. Und jetzt wird halt die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass wenn wir doch einmal eine positive Allgemeinmarktstimmung bekommen, das heißt, dass auch große Indizes nach oben laufen, wie zum Beispiel auch der DAX, dass wir dann entsprechend die Chance für einen Rebound bekommen. Also das ist, was ich jetzt hier sage, ist wirklich absolut massiv gegen den Trend. Aber für diejenigen, die die Chancen suchen, haben wir hier auch eine gute Chance, dass der Markt hochlaufen kann. Also wenn der Rebound wirklich einsetzen sollte, dann hätten wir hier oben tatsächlich zwei Anlaufpunkte. Erst einmal auf Tagesbasis, auf den Tageshoch bei den Werten von 19.567. Das wäre dieses Hoch hier. Und dann etwas höher bei 19.667. Das wären mal die ersten beiden Marken. Der Close hier, der Gap Close ist da natürlich logischerweise auch mit drin. Und wenn wir sogar einen etwas stärkeren Rebound bekommen, dann blicken wir mal einfach in den Chart. Hier um die 20.200 Punkte Marke haben wir einen Widerstand liegen. Da kann der Markt auch ohne weiteres ranlaufen. Das mal zur kurzfristigen Planung. Mittelfristig kann der natürlich auch deutlich höher laufen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Es ist halt einfach nur wichtig, es muss jetzt, wenn dieser Rebound passiert, Sie sehen heute ein bisschen Reboundtag, wenn das passieren sollte, muss wirklich Bewegung reinkommen. Das heißt, da müssen wir in der Stunde wirklich einen ganz ordentlichen Schub entsprechend ziehen. Und hier in der Stunde sehen wir halt, und das ist das, worum ich gesagt habe, hier könnte es tatsächlich etwas geben. Wir sehen hier nach einem leichten Kursanstieg das Sammeln an der Oberseite. Und das ist in meinen Augen eine Grundvoraussetzung, dass hier ein Schub nach oben kommen kann. Warum? Es ist anders, als wenn sich das hier unten an dieser Stelle ergeben würde. Das heißt, wir haben jetzt hier nach den aufgekauften Kursen fehlendes Verkaufinteresse. Und das ist in meinen Augen so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass der Markt doch tatsächlich dazu sich vorbereiten könnte, bei positiven Nachrichten doch nach oben zu spiken. Und wenn das kommt, dann haben wir hier jetzt eine schöne Basis, eine schöne flache Base. Und wenn die nach oben gebrochen wird, kann man sich eng absichern. Also unter dem Event, wie ich immer so schön sage. Und dann können wir hier nach oben hin ein Stück weit entsprechend auch mitnehmen. Auch wenn man sagen kann, okay, das Gap ist ja mehr oder weniger geschlossen. In der Theorie, ja, in der Praxis, es ist nicht wirklich geschlossen worden. Hier war entsprechend das Tief. Und da sind wir nicht ganz herangelaufen. Aber hier vom, entschuldigen Sie, das Close. Hier war das Tief. Da sind wir natürlich herangelaufen. Also das ist zu. Aber nichtsdestotrotz, es hat im Tagesschart einfach nur eins hinterlassen. Eine sehr, sehr starke Bewegung entsprechend nach unten, die durch so ein bisschen hin und her getingelt am Tag mal herangelaufen wurde. Aber nichtsdestotrotz, der Markt lief hier einfach nach unten. Es gab da nicht entsprechend irgendwie Tendenzen, dass das Ganze korrigiert wird. Also eine Korrektur sieht so aus. Das hier drüben, das ist eine Korrektur von so einer starken Bewegung. Hier ist nichts. Das ist einfach nur ein Durchlaufen, was wir hier entsprechend sehen. Da ist ja nicht mal der Stundentrend gebrochen worden an dieser Stelle. Also die Dynamik ist ja sehr stark nach unten. Weite Überdehnung. Ein Rebound ist hier möglich. Ansonsten, wenn wir nach unten blicken, oha, da wird es schon dunkel. Wenn wir hier unten mal ranlaufen, wenn wir sehen, was wir in den Marken hier unten haben, da kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Wir haben hier unten in diesem Bereich um die Marke von, was haben wir da? 18.500, 18.600 Punkten haben wir ein Korrektur tief aus diesem Aufwärtstrend, den wir hier am Laufen hatten. Und bis da unten ist schon noch einiges an Weg. Das heißt, da könnten nach unten noch einige Trades kommen. Aber ich vermute mal wirklich, es wird eher irgendwann den Rebound geben und den sollten wir jetzt an dieser Stelle wirklich auf der Uhr haben, um uns entsprechend im kurzfristigen Trading auf die Lauer zu legen. Also wer von Ihnen sich sowas zeitig leisten kann, das auch zu beobachten, bitte. Hier ist wirklich eine sehr schöne Situation, die sich durchaus nach oben hin auflösen konnte. So, damit wären wir mit der Besprechung der heutigen Handelsideen mit dem Blick in die Märkte auch durch. Ich hoffe, es ist absolut okay für Sie, wenn ich mich nicht immer nur auf den DAX und auf den Euro und vielleicht auf den S&P 500 beschränke, sondern ich sage, ich bin ein Freund davon, die dieses breite Handelsuniversum, was wir von TIGMIL zur Verfügung gestellt bekommen, auch als Trading-Ideen mit zu nutzen, weil wir können uns ja in vielen Märkten aufstellen und das macht das Trading häufig etwas einfacher, als wenn man sich nur auf ein, zwei Märkte konzentriert und hier mit diverse Trading-Strategien auch traden zu können, deshalb die etwas größere Breite an der Stelle. Ich danke wieder für die Aufmerksamkeit, wünsche allen gute Trades, einen erfolgreichen Dienstag und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.